Mein persönliches Highlight ist, sage ich mal, wirklich die Kompetenz von den Leuten, von den Mitarbeitern und von den Lieferanten. Mein Highlight persönlich ist Festo und jetzt eine sehr gute Beratung kriegt bei Besse. Also ich bin sehr zufrieden, ja. Die Hausmesse von der Firma Leyer ist für mich quasi eine Messlatte in Baden-Württemberg. Die sind sehr innovativ. Es gibt sehr viele Attraktionen. Man sieht es auch am Publikum. Es sind Besucher von jung bis alt, alle Altersklassen vertreten. Also die Highlights, da müssen wir differenzieren, vom Event oder von den Produkten. Wir haben natürlich geile Innovationen dieses Jahr dabei, unter anderem von Festo das Exoskelett. Das ist einfach eine wahnsinnige Innovation ist. Ein Mitarbeiter die ganze Zeit damit rumrennt und mal zeigt, was alles so möglich ist. Also das ist so das Highlight aus Sicht der Produkten. Das Highlight vom Eventcharakter ist natürlich eine tolle Cocktailbar mit Livemusik, genialer Barista, die tollen Kaffee machen und eine geniale Essensauswahl. Die Zukunft der Hauswelt von Leyer. Ich würde sagen, wir lassen das Wort Messe weg. Ein Event, wo jeder vorbeikommt, sich neue Produkte anschaut. Es wird mehr in eine Art Festival gehen. Es geht um Spaß mit den Kunden. Es geht um wichtiges Fachwissen und im Endeffekt eine gute Zeit zu verbringen. Und wenn es dann mit unseren Partnern geht, mit unseren Lieferanten und unseren Kunden vor Ort, dann sind wir glücklich und dann würden wir sagen, suchen sie neue Messe für uns aus. Geräusche Geräusche Geräusche